Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Gott zum Gruße, willkommen beim Tele-Stammtisch zu besprechen von Des Teufelsbad, der neue Film des Regie-Dos Severin Fiala und Veronika Franz. Lieder, diese beiden Namen, sagen die dir was? Absolut, denn dieses österreichische Regie-Dos hat ja bereits eine Reihe sehr interessanter Filme vorgelegt, unter anderem The Lodge, den ich für einen der besten Horrorfilme des damaligen Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, war das 2020 oder 2019, dass der rauskam. Oder den sehr spannenden und sehr hintergründigen Ich-sehe-Ich-sehe, der dann auch ein weit weniger beachtenswertes Remake US-mäßig bekommen hat, inszeniert haben. Also im Genre-Film, gerade dem hochqualitativen New-Horror-Genre-Film, sind die beiden zwei Namen, die man sich merken sollte. Und da möchte ich jetzt mal kurz ganz, ganz krass und ganz, ganz keck Eigenwerbung machen. In der neuen Ausgabe Schocker mit Schlogger, da bespreche ich mit der Wertenkollegin Schlogger Ich-sehe-Ich-sehe. Da haben wir hier kurz eingeschoben und ich war auch sehr gespannt jetzt auf Des Teufelsbad. Ich wusste tatsächlich im Vorfeld gar nicht so richtig, was mich erwartet. Also klar, bei der Regie-Duo, ich habe die Vorgängerfilme auch gesehen, war mir klar, es wird vielleicht jetzt kein Gute-Laune-Film. Und ich kann so viel sagen, nach der Sichtung des Films wollte ich eine Dusche haben und eine Umarmung. Spoiler, beides habe ich nicht bekommen. Aber bevor ich jetzt genau darauf eingehe, was mir an dem Film jetzt gefallen hat oder was dir gefallen hat oder was uns nicht gefallen hat, sei doch bitte so gut, Lida, und erklär unserer Zuhörerschaft mal Des Teufelsbad, worum geht es eigentlich? Der Film spielt in Österreich in einer ländlichen Gegend, in einem kleinen Fischerdorf Mitte des 18. Jahrhunderts. Die junge Agnes heiratet ihren Schatz Wolf. Die beiden sind auch erstmal sehr glücklich und Agnes zieht mit Wolf in einen kleinen Hof, wo auch seine Schwiegermutter, also ihre Schwiegermutter, seine Mutter mit bei der Wirtschaft hilft. Da kriegt das junge Glück schon den ersten Dämpfer, weil das Haus recht abgelegen ist, weit entfernt von der Wohnung von Agnes Bruder und ihrer Mutter, die sie sehr vermisst. Und ihr großer Wunsch, doch recht bald schwanger zu werden und selber Mutter zu sein, erfüllt sich nicht. Und es gibt immer mehr Dinge in ihrem Leben, die für sie immer mehr zur Last werden und sie immer mehr in Kummer stürzen, aber da es eben eine tiefreligiöse Zeit ist und fest die Überzeugung auch herrscht, dass Selbstmord oder dergleichen eine Todsünde ist, sieht sie aus ihrer Depression, in die sie immer mehr verfällt, keinen Ausweg und findet schließlich oder gedanklich wendet sie sich schließlich einer möglichen Lösung zu, die recht grausig ist. Diese Art der Lösung, die gibt der Film ja schon den ersten drei Minuten Preis. Also ich hatte das Gefühl, mir macht der Film am Anfang schon klar, wie es enden wird. Trotz allem weiß ich jetzt nicht, sollen wir es verraten oder sollen wir die Leute eher unvorbereitet da reingehen lassen? Was meinst du? Ich denke, wir können das durchaus vorwegnehmen, gerade weil es essentiell für eine Besprechung ist. Also ihr habt jetzt, während ich das sage, noch kurz Zeit abzuschalten, ins Kino zu gehen und dann den Podcast zu Ende zu hören. Wenn ihr auf gar keinen Fall wissen wollt, worum es geht, aber wie Stu schon sagte, dieses Handlungselement wird schon früh in der Handlung vorweggenommen und in der elliptischen Form quasi vorausgesetzt. Nämlich geht es hier um etwas, das im Englischen Murder by Self, now Suicide by Proxy heißt. Das heißt, es geht darum, dass jemand sein Leben beendet, aber so ähnlich wie bei Suicide by Cop, was in den USA häufiger auftritt, versucht das so hinzubekommen, dass jemand anderes ihn oder sie umbringt. In diesem Kontext eben im Spätmittelalter war das eine erschreckend verbreitete Praxis um der Hölle, an die Leute damals fest glaubten. Also wie für die tiefreligiösen Menschen hier in diesem kleinen Dorf ist für Agnes die Hölle kein religiöses Konstrukt, sondern eine Realität. Die Leute sind also wirklich fest davon überzeugt, dass wer sich selber umbringt, und das tut ein junger Mensch in diesem Ort, der wird ja nicht nur einfach auf einen Schandacker geworfen und verwest da, nein, der muss für immer in der Hölle schmoren. Aber wer jemand anderen tötet wie eine Frau, die zu Beginn hingerichtet wird und auf deren Hinrichtung dann auch der Bruder von Agnes zugange ist, sodass da eine direkte Parallele zwischen den beiden hergestellt wird, so jemand kann noch seine Sünden bereuen und dann am Ende ins Himmelreich kommen, weil es ja die Vergebung gibt. Also das Gefühl, was ich hatte, als ich aus dem Film rauskam, war, Gott sind christliche Dogmen scheiße. Also mal ganz ehrlich, mir tat diese Agnes halt wirklich, also wirklich von Herzneid, gespielt übrigens von Anja Plasch, die das auch ganz furchtbar, nein, ganz hervorragend macht, würde ich sagen. Aber dieser Leidensweg dieser Frau, wie die Fiala oder der Fiala und die Franz, so heißen sie, erzeichnen, ey, das war wirklich eine Tortur für mich. Und ich meine das im besten Sinne. Dieser Film, er hat mich wirklich fertig gemacht. Er hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht, weil ich da wirklich saß. Und ich wusste halt, ich meine, ich spiele im 18. Jahrhundert in Österreich, da war klar, da wird es jetzt nicht so sein, dass plötzlich alle sagen, hm, also das mit dem Glauben und der Religion, müssen wir uns nochmal überlegen, irgendwas läuft da schief. Und es war halt von Anfang an klar, dass das nicht gut enden wird. Aber meine Güte, Nida, ich sag's dir ehrlich, ich glaube, dieses Jahr hat mich kein Film so gebrochen im Kino wie der hier. Ja, die Religionskritik, die hier wirklich sehr differenziert und sehr intelligent aufgezogen wird, die war ja auch schon in The Lodge, also die Hütte, ein zentrales Element. Und tatsächlich ist das Ganze auch außergewöhnlich gut recherchiert. Es sind hier nicht nur fantastische Settings und exzellente Kostüme, sondern auch die Hintergründe sind wirklich überzeugend und gut ausgearbeitet, auch sehr faktengetreu. Und tatsächlich sieht die Realität wie so oft noch erschreckender aus, als das, was uns im Film gezeigt wird. Nämlich, dass dann die Kirche und die Institutionen, um zu verhindern, dass es zu diesen sehr vielen Selbsttötungen durch andere, durch eben Hinrichtung kommt, dass dann die Hinrichtung noch mit Folter verbunden wurde. Das heißt, man hat den Leuten zum Beispiel erst die Hände abgehakt oder sie zuerst geblendet, bevor sie hingerichtet wurden, um das noch abschreckender zu machen. Aber die Leute waren letztendlich, die den Tod gesucht haben, so verzweifelt, dass sie selbst das in Kauf genommen hatten und sich dann auch gedacht haben, lieber eine Stunde leiden, als in der Hölle ewig leiden. Das ist ja dann auch eine Abwägung. Und der Kindsmord, zu dem eben auch Agnes greift, genau wie die Frau, die wir am Anfang sehen, der war auch gerade von Frauen eine übliche Praxis, um sich in ihr eigenes Leben dann durch Hinrichtung zu beenden. Da die Kinder zu ihnen leichter Vertrauen gefasst haben und ein Kind eben leichter zu töten ist, als einen Erwachsenen zu überwältigen. Ja, also wie gesagt, ich würde sagen, es ist jetzt kein grafisch besonders herausragend brutaler Film, aber trotzdem ist der in einer Art und Weise gewalttätig, die mir halt wirklich durch Mark und Bein gegangen ist. Das sollte man ganz, ganz klarstellen. Was ich auch total toll fand, ich habe Agnes ja auch irgendwie komplett verstehen können, weil so wie dieser Alltag da gezeichnet wird in diesem Fischerdorf, es gab keinen Moment des wirklichen Glücks. Ich meine, selbst der Ehemann Wolf gespielt und David Scheid, da lässt der Film ja auch so ein paar Details so offen, oder das ist offen, aber er gibt so ein paar Hinweise darauf, dass der vermutlich homosexuell ist und sein Geliebter sich ja dann auch irgendwie das Leben nimmt. Das ist halt der, der dann später auf diesem Schandacker dann landet. Aber das wird nicht wirklich auserzählt und trotzdem, du verstehst es, du kannst sie, also ich konnte sie komplett nachvollziehen, weil in dieser Welt, da ist überhaupt kein Raum für Glück, da ist überhaupt kein Raum für Zufriedenheit, für eine Selbstentfallung, für eine Selbstbestimmung. Du bist einfach nur Teil dieses Systems, das funktionieren muss. Und selbst wenn du mal versuchst auszubrechen, wirst du sofort an deinem Platz zurückgewiesen. Und das fand ich auch so schön. Ich dachte eine Zeit lang, okay, ich weiß, was an mich zukommt, aber ihr Ehemann, der Wolf, der weiß sich ja zum Beispiel gar nicht als, der ist ja eigentlich auch nett zu ihr. Er ist jetzt kein, in Anführungszeichen, Arschloch, der sich irgendwie vergewaltigt. Er ist ein guter freundschaftlicher Ehemann, aber er kann ihr eben nicht die Liebe und die Zärtlichkeit geben, die sie sich erhofft hat von der Ehe. Und besonders eben, das merkt sie ja schon in der ersten Nacht, er kann ihr nicht das Kind machen, das sie gerne haben möchte. Und das war für sie eben auch ein ganz großer Wunsch. Und natürlich in der damaligen Zeit gehörte das natürlich auch zu einer Frau dazu. Das heißt, Kinderlosigkeit war fast schon eine Art Stigma für Frauen damals, sofern es jetzt keine Nonnen waren. Ja, wobei, das fand ich auch ganz interessant. Ich habe es irgendwann so aufgefasst, dass dieser Kinderwunsch vielleicht gar nicht so sehr daran geboten ist, dass jetzt jemand ein Kind haben möchte, sondern dass sie etwas haben möchte, was für sie sich aufopfern kann, das sie lieben kann. Weil sie ja wirklich nichts und niemanden hat, der sie mehr liebt in dieser Welt. Ja, sie ist ja wirklich auch weg von zu Hause. Und das kann man ja verraten, es gibt eine Episode, wo sie ja auch wieder nach Hause geht und versucht, da irgendwie wieder reinzukommen. Aber da wird sie ja auch wirklich regelrecht wieder rausgerissen. Und diese arme Mensch, die hat ja wirklich überhaupt gar keinen Platz mehr in dieser Welt. Und dass die dann irgendwann nur noch eine Lösung sieht, und zwar wirklich, sie möchte nicht mehr Leben sein, konnte ich halt komplett nachvollziehen. Und ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass ich Selbstmord, wenn ihr Probleme habt, dass ihr Selbstmord begeben sollt. Bitte nicht. Aber ich konnte es verstehen. Ich konnte es komplett nachvollziehen. Und das hat dafür gesorgt, dass ich wirklich irgendwann da saß und das Ende herbeigesehnt habe dieses Filmes, weil ich es irgendwann psychisch wirklich kaum noch aushalten konnte. Ja, das ist auch wirklich hervorragend gespielt auf jeder Ebene der Filme. Und er ist auch eben sehr bemerkenswert darin, dass er zeigt, dass diese religiöse Doktrin das Problem ist, dass es eben nicht die Menschen sind, die schuld sind, wie das eben auch sehr gut an der Figur ihres Ehemanns, der ja seine eigenen Bedürfnisse unterdrücken muss oder seinem mutmaßlichen Partner, der sich dann eben auch aus so einer Art Verzweiflung umbringt, weil er sich ja auch zum Beispiel selber in so einem Zwieschwein befindet. Ich tue was, was vor Gottes Augen Sünde ist oder ich reiße vielleicht, weil ich stürze meinen Liebsten in die Hölle, weil ich ihn verführe oder ihn in Versuchung bringe und dergleichen. Also, dass es für niemanden dieser Figuren einen Ausweg gibt und dass dieser Film auch voller subtiler Symbolik steckt. Zum Beispiel, dass die eben Fischer sind und der Fisch ja ein Symbol Christi ist. Also, im griechischen oder im früher römischen Reich war das Fischzeichen Ichtes im Synonym für Jesus und das Zeichen der christlichen Sekte damals. Also, solche Symbole sind in dem Film unterschwellig ständig präsent. Dann haben wir auch ganz viele, wie schon erwähnt am Anfang, diese Parallele zu der anderen Frau, die ebenfalls hingerichtet wird. Der wird nach altem Aberglauben ein Finger abgehackt, der dann Agnes ein Kind bescheren soll, was aber natürlich nicht klappt. Und wie du das schon richtig angemerkt hast, es geht hier vermutlich auch nicht einfach nur um einen Kinderwunsch im Sinne von, sie möchte gerne Mutter sein, sondern dass sie eben einen Lebensinhalt sucht, irgendetwas, woran sie sich festhalten kann, dass sie ihrem Leben einen Sinn, eine Erfüllung, irgendein Ziel gibt. Und das hat sie einfach nicht. Und man merkt auch an ganz vielen kleineren Details, wie ständig an ihr kritisiert wird, dass alles, was sie versucht, richtig oder nach einem kleinen bisschen nach ihrer eigenen Art zu machen, sofort unterdrückt und geändert wird. Und sei es auch nur, ihre kleine Behausung ein bisschen so einzurichten, wie sie es haben möchte, das muss dann alles gleich beseitigt werden. Sie kann sich also nicht mal im minimalsten Rahmen irgendwie ausleben. Ja, also gerade auch, was du gesagt hast, diese Situation, dass sie versucht, sich in ihrem eigenen Haushalt irgendwie einzurichten. Es ist ja diese Sache, wo die Schwiegermutter, diese Gang, den gespielt von Maria Hofstetter, ihr halt Hinweise gibt, wie sie ihre Pfannen doch bitte aufzuhängen hat. Aber Agnes will halt die Pfannen so haben, wie sie es für richtig hält. Und natürlich, das klingt jetzt fast schon ein bisschen wie so eine Komödien-Situation, aber das ist wirklich, das war für mich irgendwann nur noch purer Psychoterror, wie ich da sehen musste, diese Agnes, der auch irgendwie irgendwann selbst die Energie fehlt, um dagegen aufzubegehren, ja. Aber wie die dann versucht, mit Pfannen einfach so, nee, ich möchte aber die Pfannen jetzt hier hinhängen. Und das schon irgendwie die ultimative Form der Rebellion für sie ist, der Emanzipation, das war schwer auszuhalten als Zuschauer, also für mich. Und ich weiß, der Film, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als Horrorfilme zeichnen, aber er hat sich für mich so angefühlt. Für mich war das wirklich zwei Stunden lang purer, purer Horror. Ja, also, wobei man noch sagen muss, es gibt hier durchaus einige, also eine Reihe von sehr, ja, also der Film arbeitet sehr viel mit Atmosphäre. Wir haben hier auch so viele unter die Haut gehende Szenen, wo Gewalt jetzt nicht unbedingt aufgrund ihres Ausmaßes erschreckend ist, aber wie ein Haar, das in einer Szene gefädelt wird, buchstäblich unter die Haut geht. Es wird auch Blut getrunken und auch das ist ein historischer, verbirgter Fakt, dieses Bluttrinkritual, das Leuten dann gute Gesundheit bescheren sollte nach einer Hinrichtung. Also es sind hier nicht einfach nur irgendwie Schockeffekte, die spekulativ bemüht wurden, sondern das sind wirklich historische Fakten. Und der Film zeigt eben auch, in was für einer, ja, rohen, barbarischen Zeit die Leute da leben und trotzdem diese massive Pietät haben, an die sie sich da klammern. Also das ist wirklich ein Film, der, denke ich, völlig zu Recht als Horrorfilm bezeichnet wird, obwohl dort nicht im eigentlichen Sinne irgendetwas Übernatürliches oder Fantastisches passiert. Alles ist in der Realität verankert, aber das erhöht den Schrecken noch. Und auch die Depressionen, die Agnes denn verfällt, die ist sehr gut dargestellt. Eben gerade diese typische Antriebslosigkeit, diese absolute Freudlosigkeit, die Leute dann empfinden. Auch das Gefühl, eben nichts mehr tun oder gar nicht mehr aufstehen zu können. Das sind durchaus reale Symptome. Ja, und was das Ganze auch noch verstärkt, und das mag jetzt vielleicht seltsam klingen, aber dadurch, dass der Film halt eben auch in österreichisch, also in österreichisch gesprochen, wirkt es auch noch mal viel nahbarer. Also wenn sie zum Beispiel versucht, sich umzubringen oder sich zu vergiften, dann sagt sie nicht, dass sie jetzt Gift genommen hat. Sie sagt, sie hätte das Gift geschleckt. Und das war, ich weiß auch nicht, aber das führt noch mal, das führt noch mal so eine extra Substanz zu diesem Grauen hinzu, weil es sich noch mal so viel nahbarer anfühlt und ansieht. Das war ganz seltsam, aber ich war auch total überrascht. Ich habe ihn halt mit Untertiteln gesehen, aber ich hätte diese Untertitel tatsächlich nicht gebraucht. Ich habe tatsächlich sehr viel verstanden. Das, glaube ich, soll mir sagen, ich verbringe zu viel Zeit mit Österreichern. Ja, also man versteht den Film definitiv auch dialogisch sehr gut. Ich hatte da auch keine Probleme. Es wird ein bisschen Dialekt gesprochen, aber das fand auch ich nicht, also Untertitel wären dann, denke ich, nicht unbedingt nötig. Das versteht man auch so problemlos. Ich überlege gerade, ich habe, nachdem ich den Film gesehen habe, gab es eine bei uns, keine große, aber eine kleine Diskussion, ob das ein Film ist, wo es angebracht wäre, im Vorfeld eine Content-Warnung anzubringen. Halt eben, weil da eben Themen angesprochen werden, die nicht jedermanns Sache sind und halt eben da auch Sachen zu sehen sind, die ebenfalls nicht jedermanns Sache sind. Jetzt kann man zu dieser, ich nenne es mal Trigger-Warnung, stehen, wie man will. Aber ich glaube schon, dass es gewisse Art von Menschen gibt, wo ich sagen würde, Leute, vielleicht, wenn ihr gerade in dieser Phase eures Lebens seid, guckt euch diesen Film besser nicht an oder siehst du es anders? Ja, ich habe auch eine gespaltene Meinung zu Trigger-Warnungen, aber ich kann dem in diesem Fall sicher insofern zustimmen, dass es vielleicht kein Film ist, den Leute, die gerade selber an Depressionen leiden, unbedingt sehen sollten, wenn sie die Tendenz haben, sich dadurch sehr berühren zu lassen. Ihr wisst ja meistens selbst am besten, wie ihr tickt, ob ihr euch, wenn ihr ein bestimmtes Leiden oder Problem habt, damit auseinandersetzen wollt, um das zu verarbeiten oder ob ihr euch lieber von solchen Inhalten fernhalten wollt. Und wenn zweites der Fall ist, dann könnte dieser Film eben sehr belastend wirken. Ich gucke auf meinen schlauen Zettel und mein schlauer Zettel sagt, ich habe nichts mehr. Auch ich habe nichts mehr. Vielleicht könnten wir noch als kleinen Bonus hinzufügen, was denn eigentlich der Titel auf sich hat, nämlich das ist ein zeitgenössischer Begriff für Melancholie, die ja eine Art Synonym auch war für Symptome, unter die auch zusammen Depressionen ausmachen. Also des Teufels Bart, das bezeichnet quasi indirekt die Depression, so wie sie damals aufgefasst wurde. Ja, ansonsten glaube ich, können wir zum Fazit kommen. Ich schäbe mich mal vor, für mich ein Jahreshighlight definitiv, ein Film, der mich wirklich, ja, der hat Emotionen in mir ausgelöst. Und zwar einige und ich sagte es schon zu Beginn, nach dem Film wollte ich duschen und eine Umarmung, beides habe ich nicht bekommen. Das war ein sehr unschöner Heimweg, das kann ich euch sagen. Ansonsten möchte ich noch sagen, Teufels Bart hat bewiesen, dass wir in den letzten 300 Jahren dann doch gewisse Fortschritte gemacht haben. Gott sei Dank oder besser gesagt, Puh, Glück gehabt und auf jeden Fall eine glasklare Empfehlung von mir für das Teufels Bart. Lida, du bitte. Dem kann ich nur zustimmen. Ein weiteres exzellentes Werk von einem hervorragenden Regie-Duo, hervorragend gespielt, großartige Szenerien, Kamera und ein atmosphärisch dichter Abstieg in die, ja, wahrhaft Hölle der Religion im doppelten Sinne, der ein Thema aufgreift und bekannt macht, historischen Ursprungs, das komplett vernachlässigt ist und von dem ich denke, viel zu viele Menschen noch nie gehört haben, das aber mit wirklich verstörender Symbolkraft vor Augen führt, wie furchtbar wirklich die christliche Religion ist und dass man sich um jeden Preis davon lösen muss. Und dass diese Doktrinen auch in dem, was wir heute unter christlicher Religion verstehen, immer noch vorhanden sind und dass es einfach nur die Quelle von Leid und Schrecken ist. Und davon fühlt man auch sehr viel in diesem Film. Also in jeder Hinsicht ein Highlight sowohl des Genres als auch des Kinojahres. Quelle von Leid und Schrecken. Wie kann ich jetzt zu unserer Discord-Präsenz umleiten? Schwierig, aber schaut doch mal bei uns bei Discord rein. Tele-Stammtisch-Discord, da könnt ihr mit uns reden, uns Feedback geben und sonstige Sachen machen. Aber bitte bringt euch da nicht um, das wäre uns sehr lieb. Ansonsten haben wir eine Webseite www.tele-Stammtisch.de und wir sind ansonsten überall zu finden, wo es Podcast-Likes und Kommentare gibt. Ich danke euch für eure Zeit, ich danke auch dir, liebe Lida. Und Lida, dir gebührt das letzte Wort. Tschüss. Lasst es euch gut gehen, Leute. Viel Kraft, wenn ihr traurig seid und weiter so, wenn ihr fröhlich seid. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.